ja hallo gemeinde die nacht ist rum 6 uhr das ätzendste beginnt und zwar den ganzen mist hier zusammen zu packen das kotzt mich auch jeden morgen richtig an es ist jetzt vier nach sieben ich mache mich jetzt hier vom acker mensch das einpacken dauert immer ewig also irgendwie passt das noch nicht so es dauert einfach viel zu lange ein letzter blick zurück jetzt geht's zum frühstück dafür habe ich immer noch nicht gefunden außer ich hätte mir jetzt kalt gekauft aber das wird schon in der guter dinge bin ich doch auch fündig geworden bei meinem lieblings discounter keine werbung keine werbung jetzt werde ich mir einen schönen platz suchen und dann wir mal ein frühstück genehmigen das ist mein nächstes großes ziel hameln mit der schönen brücke und der ratte da freue ich mich schon drauf diese richtung und attacke ja da hat die weser mich doch wieder beziehungsweise sie hatte mich nie verloren weil mein zelt ja auch gott sei dank direkt an der weser stand und jetzt bin ich schon auf der richtigen route ab geht's nach hameln die sonne tut sich auf hier im tal an der weser schön gerade habe ich zwar ein paar tröpfchen abbekommen aber das hat dann direkt aufgehört ich finde mich meine regenhose nicht ich habe den mich wahrscheinlich so verstaut weil ich überhaupt gar kein system habe hier drin einfach rein stopfen und hauptsache alles ist dabei und da habe ich mal wieder glück gehabt hier ist das und hier ist ein wunderschönes kleines schlösschen wer weiß wie das heißt rein in die kommentare irgendwie komme ich heute nicht so in tritt ich bin ja jetzt immer noch auf dem weg nach hameln vorher kommt jetzt als erstes grunde und danach kommt emmertal aber irgendwie weiß ich bin ich heute nicht so in schwung ich komme einfach nicht voran ich hoffe das ändert sich noch im laufe des tages zumindest regnet es nicht das schon mal ein vorteil hinten in der ferne liegt emmental links der weser also links auf meiner route und ich fahre nur dran vorbei hier in hameln angekommen gleich die aurora fabrik für alle backwütigen muttis hier wird mehl gemacht kann die weihnachtszeit ja kommen mich gibt es übrigens auch noch weiter geht die wilde fahrt weil ihr so lieb wart noch mal einmal die innenstadt von hameln da ist jedoch die ratte auf der schönen brücke von hameln die goldene ratte haben kann schon was hier schöne fahrrad ampel die nächste ampel und hier sogar markierungen ich bin begeistert da steht das sagen 13 kilometer ich bin jetzt kurz vor minden zentrum das liegt in 0,9 kilometer nach hameln habe ich einfach nicht mehr viel gefilmt weil ich müsste sehen dass ich strecke mache und film hält echt einfach auf deshalb einfach gib ihm gas machen wie gesagt ab jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr machen weil ich licht zeitlich gut in der zeit minden wie gesagt 0,9 kilometer wollen wir gucken aber noch was von minden einfangen hier blicken wir noch mal zurück nach minden da hinten irgendwo kommt wieder der spruch ich weiß nicht ob man es auf der gopro sieht ist das hermannsdenkmal nämlich da hinten ist porta westfalica ja dann würde ich mal sagen fünf minuten päuschen und dann schwingen wir mal die hufe zwölf kilometer nach petershagen das nenne ich mal schleuse hier bin ich nämlich an der weser schleuse das ist mal krass und sogar ein schiff drin mein lieber herr gesangsverein so will ich das wetter haben und das schön im november das ist herrlich das habe ich mir aber auch verdient tanta ich es es und ich ein ich 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 Der WP ist auch mal ein Abenteuer. Wooh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jo Leute, das ist meine zweite Unterkunft. Gestern war ich auf diesem Campingplatz. Jetzt habe ich mir über Booking.com so einen Platz auf dem Grundstück geholt. Das heißt Conny Island. Hier gibt es Laufenten, Hühner, zwei Schweine, Hunde. Hier ist es richtig schön. Wie unsere kleine Farm. Nur schöner. Jo, ich liege im Schlafsack frisch geduscht. Gegessen habe ich auch. Gab heute ein paar Würstchen. Zwei Feldhins und zwei Laugenstangen. Jetzt werde ich noch ein bisschen hier auf dem Handy eine Serie schauen. Und dann ist der Tag auch erledigt. Es ist bitter, bitter kalt. Und alles ist richtig klamm. Aber es macht richtig Laune. Ich freue mich auf morgen auf den Radeltag. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Gute Nacht.